11 uhr 18 freunde bevor ich mit diesem video offiziell in beast mode beende und mich aufs fahrrad schwinge habe ich noch ein paar gedanken für euch ich habe nämlich einen instagram post gemacht ich will euch den ganz kurz mal einblenden kleinen moment und will mal ganz kurz darauf bezug nehmen der instagram post war dieses bild hier okay was du hier ziehst und da habe ich halt erklärt dass die meisten leute die in business gründen oder ein business haben sie ständig fragen scheiße wie komme ich gerade wieder an geld wie komme ich an umsatz was muss ich tun damit wieder mehr reinkommt so und dann sind wir so in dieser linken spalte und was ich ja unterrichte generell was ja meine große mission ist ist er die gedanken dass man sich auf menschen konzentriert sich in sie hinein versetzt sie versteht mit was diese sich gerade befassen wie sie denken wo gerade die probleme sind um dann zu überlegen ob man ihnen was passendes anbieten kann und wenn da noch geld dabei rumkommt geil so das ist das prinzip dazu habe ich ein post gemacht und jetzt zeige ich euch noch mal was da fehlen jetzt die zahlen die rechte spalte fehlt ich werde dass das eine grafik die ich für ein event vorbereitet habe business on stage welches bald stattfindet und das siehst du wie diese strategie funktioniert die ich dir eben gerade eingeblendet habe zuerst kommt der mensch dann kommt das produkt und dann kommt das geld und das lebe ich schon seit vielen vielen jahren du siehst im prinzip nur einmal ging es bergab wirtschaftlich bergab also wo ich mal nicht wirtschaftlich gewachsen bin in einem jahr und das war als ich die gmbh gegründet habe da ging es wirtschaftlich nicht bergauf ich habe die gmbh gegründet habe direkt drei leute eingestellt und das war das einzige jahr wo kein wirtschaftlicher wachstum drin war aber ansonsten das sind belegte zahlen ging es immer nach oben und der grund ist wirklich weil ich mich immer an an den menschen orientiert das wirklich so und wenn ich dann so ich habe so diese folie mit dieser durchgegangen dass mir eingefallen wie oft ich schon belächelt wurde wie oft man mir dinge unterstellt hat und ist noch gar nicht so lange her es kommen immer wieder so kommentare der kelvin zieht den leuten das geld aus der tasche und wäre doch bei photoshop geblieben jetzt machte ein auf business guru auf chaka chaka leute die wirtschaftlichen zahlen zeigen dass alles funktioniert und die sind wirklich schwarz auf weiß belegt das ist kein fake das kann man auch immer zeitlich versetzt nachlesen und es ist jetzt auch fakt dass ich mich wieder um 11 uhr 20 11 uhr 30 fahrrad fahren gehe und es ist auch fakt dass ich heute abend um 19 uhr wieder drei stunden playstation spiel und das kannst du nicht machen wenn etwas nicht läuft oder wenn du leute verarscht dann würde das nicht möglich sein und die wertvollste strategie ist wirklich der mensch steht an der ersten stelle und nicht das geld ich weiß wir wollen geld verdienen und ich habe gerade gestern wieder auf instagram nachricht bekommen kelvin pass auf ich lese euch jetzt vor ich gehe da kurz rein ist mir scheißegal das ist ein tagebuch format hier und wenn es jetzt dauert es war jetzt nicht geplant dass ich das mit euch teil aber ich will es mal ganz kurz aufgreifen achtung meinen sie ich kann als coach auch erfolgreich werden wenn ich mein gesicht meine person nicht öffentlich mache und das ziel war persönlichkeit überhaupt erfolgreich werden geschweige denn mal fünf bis sechs stellig im monat machen würde also da will jemand fünf bis sechs stellig im monat machen aber ohne sich zu zeigen als coach es geht geht mit sicherheit ja nur ich bin der falsche du willst fünf bis sechs stellig im monat machen willst aber dich nicht zeigen wer du bist ist nicht meine welt freunde ist nicht meine welt es geht um menschen wie kann man sich damit zeigen wollen also ich verstehe schon den grundgedanken man hat angst vor der kamera oder will sich dann jetzt in den mittelpunkt stellen aber es geht immer zwischen menschen okay und ich lade dich echt ein wenn du bock hast weiterhin von mir zu lernen kannst du zum beispiel nächste woche gratis dabei sein nächste woche am 16 um 19 uhr werde ich zeigen wie man in acht wochen ein eigenes business gründen kann ganz entspannt gratis ist in der facebook gruppe ich verlinke euch die facebook gruppe kommt dazu mit rein so das ist der grundstein von allem und wenn du sagst kelvin ich will direkt tiefer einsteigen habe ich auch ein paar formate schau einfach was ich tagtäglich empfehle aber leute es geht immer zuerst um den mensch ich bin ein business coach dass ich darauf konzentriert erstmal mit menschen zu arbeiten lösungen anzubieten und dann darf auch gerne viel geld kommen und ich habe es in dem instagram post auch gesagt mal in meiner wirtschaftlichen welt in meiner business welt protzt man mit freizeit und mit freiheit und nicht mit kohle so und ich bin weit über den hunderttausend es geht es auch über eine million im jahr was das rein kommt alles aber ich sage es dir ganz ehrlich selbst wenn ich im jahr nur 80.000 verdienen würde wenn ich immer noch jeden tag um 12 uhr jetzt ich freue mich total aufs fahrrad fahren das wetter ist geil ich freue mich heute abend drauf playstation zu spielen mit freunden ich mir das alles noch erlauben kann bin ich auch gerne bereit nur 80.000 euro im jahr zu verdienen es wäre mir scheißegal es wird nicht es wird nicht an der zahl am umsatz gemessen es wird hier innen drin gemessen wie wohl fühlst du dich bist du frei und da können auch mal vielleicht nur 50.000 euro im jahr reichen es kommt ja darauf an aber wenn du halt keinen bock hast wie es aktuell läuft da musst du ja was verändern und jetzt kommt es nicht du musst dich also nicht du musst etwas verändern du musst dich verändern das heißt erst mal musst du dich verändern und vielleicht da oben so ein mind switch ganz wildes video heute merke ich gerade ganz windes video okay ich wollte einfach ein paar gedanken mit euch teilen eure kommentare sind willkommen unter diesem video und ansonsten hoffe ich dass wir uns morgen wiedersehen und wie gesagt kommen die facebook gruppe sei gerne dabei kommen auch gerne in die gruppe wenn du am 16 abends nicht kannst weil die aufzeichnung bleibt da drin noch ein paar tage stehen also wir sehen uns freunde morgen spätestens wieder hier auf diesem kanal und ich freue mich jetzt auf einen kommentar von dir was geht dir gerade durch den kopf ich bin sehr gespannt